Hallo! Hallo, hier sind wir wieder mit Assassin's Creed Black Flag. Diesmal haben wir Langeweile mit Kenway. Komm schon! Ich habe gerade die Pistolenschwerter freigeschaltet und wie man sieht macht sie das gleiche was der Name sagt. Mit einem Knalleffekt. Du spielst die Gegner auf und dann schießt sie dann. Kuckuck, wie geil. Ich hatte gleich erst freigeschaltet. Das ist zum ersten Mal. Ja, egal. Das war's, wie viel zu einem verlieren kann jetzt. Vielen Dank. Ich habe die Welt von mir gefiel ihn aus. Ich habe die Welt von mir gefiel ihn aus. Du bist ja nicht überall weggekommen. Okay. Das ist ja eine Albeinigung. Das ist ja ein Monat. Schubst du nach oben an das Foto? Es tut mir leid. Ich hoffe, dass du es. Ich bin fast ohne Flanke. Ja, wir kommen. Wir kommen jetzt an. Okay. Schiff, schiff, schiff. Ja. Komm, du neuer. Was soll das denn jetzt? Ich fülle mal das Stoßel. Ah ok, jetzt geht er schon von der Weine. Ich muss noch nichts machen. Du was an? Was ist denn das Video? Ich will mal herausfinden, warum er jetzt hier so umspielt. Ah Gott, das Konflikt geht ja nicht. Na, bis zum nächsten Video.